Es ist mega lustig. Mir freut es, dass so viele Leute hier sind, dass so viele Leute hier interessieren für den ZSC und den Sport in Zürich und es ist eine super Sache. Es ist immer gut für die Team, es ist ein guter, wie ich sagen, commercial oder, wie ich sagen, etwas zurückkehren zu den Fans. Und ich meine, es ist einfach toll, dass die Leute hier aufstehen, also es ist einfach toll. Ja, es ist sehr cool, also ich habe jetzt meine Käppchen unterschrieben lassen und viele Unterschriften gesammelt. Ja, es ist noch komisch, so ohne Helm und mit normalen Strassenkleidern, es ist cool, ja. Es ist unglaublich, eigentlich. Wie gesagt, bevor ich hierher kam, haben wir einige der besten Fans in der League. Und es ist ziemlich cool, auf einem Sonntag für ein paar Kinder und ihre Familien zu kommen, zu bekommen und zu bekommen Fotos und Autografien mit uns. Es ist ziemlich cool. Fragen, ja. Ja, aber eigentlich nicht so schwierig. Zum Beispiel einfach so, ja, wenn man schlecht spielt, wieso es schlecht spielt, wenn man gut spielt, wieso es gut spielt. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut, wir uns schon wieder knallt. Es ist gut, es ist gut. Es ist gut, es ist gut. Es ist gut. Vielen Dank.